Guten Abend und herzlich willkommen hier in der Universität Osnabrück. Wie das für Universitäten so üblich ist, fangen wir natürlich um Viertel nach an, obwohl wir zu Punkt geladen haben. Ja, normalerweise ist es ja auch nicht üblich, dass so viele Leute freiwillig sich in eine Vorlesung begeben. Deswegen haben wir eher den kleineren Raum gewählt. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid. Ich muss noch einmal einmal kurz darauf hinweisen, ihr habt vielleicht draußen die Schilder gesehen. Heute wird hier aufgezeichnet. Wer das nicht möchte, sollte den Raum verlassen. Es kann sein, dass euer Kopf, euer Gesicht irgendwo mit drin ist. Da hinten, ganz oben ist die Kamera. Normalerweise wird nur der Bereich hier vorne gefilmt und aufgezeichnet. Aber wenn ihr im Nachhinein noch irgendwelche Fragen stellt oder so, ist das natürlich dann nachher mit in der Tonspur. Das heißt dann auch, dass ihr hoffentlich in ein paar Wochen den ganzen Vortrag, falls er euch denn heute gefallen hat, euren Freunden, eurer Familie oder sonst irgendwo irgendwem empfehlen könnt. Der wird dann auf media.ccc zu erreichen sein oder auf YouTube. Was habe ich hier noch auf meiner Liste? Ja, zu uns. Wir sind der Chaos-Treff Osnabrück e.V. Wir haben uns vor, ich glaube, zwei Jahren gegründet. Treffen uns lose, so seit in etwa 2013, soweit ich das gerade im Kopf habe. Das sind viele Studenten, die sich einfach für Technik und technologische und informationstechnische Systeme interessieren. Und in dem Rahmen haben wir uns das Ziel gesteckt, dass wir einfach die Bevölkerung informieren wollen über interessante Themen. Ich glaube, die Fülle des Raumes zeigt, dass wir gar nicht mal so schlecht gelegen haben, dass das Thema in irgendeiner Art und Weise interessant ist. Und versuchen in dem Rahmen halt ab und zu Vorträge zu organisieren, wie auch der heutige, unser vierter Vortrag in einer Reihe, die wir Chaos-Talks nennen. Und da werden dann hoffentlich auch in Zukunft weitere folgen. Falls ihr Interesse habt, nach diesem Vortrag irgendwie mal Chaos näher kennenzulernen, wir werden uns ab Februar wieder regelmäßig treffen zum Stammtisch, wo alle eingeladen sind. Ich hoffe, dass nicht alle kommen, dann haben wir ein Problem. Aber ihr dürft gerne kommen. Sonst, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sonst irgendwas, wir haben eine Internetseite, chaos-treff-osnabrück.de, so wie es hier hinten drauf steht, mit einem .de hinterher. Da findet ihr alle möglichen Informationen, wann wir uns treffen. Ihr findet einen Link auf unserer Mailing-Liste, wo wir Dinge veröffentlichen, wie zum Beispiel den Termin heute, wo wir unsere Stammtische veröffentlichen. Und wie ihr generell so Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Dann, ja, zu dem, was hier irgendwo hinter uns steht. Ich habe gemerkt, es gibt keine Abendkasse, keine Vorkasse, kein gar nichts. Ihr müsst nicht für Getränke bezahlen, aber natürlich dürft ihr gerne. Und viel. Ja, wir gehen für solche Abende wie heute gerne in die Vorkasse, um euch alle einen schönen Abend zu bescheren. Die Gelder, die hier eingesammelt werden, sind natürlich in erster Linie dazu, um solche Events wie heute zu finanzieren, größere Events zu finanzieren. Und ja, um hoffentlich euch allen und uns allen einen schönen Abend zu bereiten. Dann würde ich jetzt mal abgeben an Erik. Der wird dann unseren ersten Redner vorstellen. Jo, moin. Auch schönen guten Abend von mir. Ich wollte erst noch ein bisschen was zu unseren sonstigen Aktivitäten als Verein erzählen, was wir hier so in Osnabrück machen. Da gibt es einerseits das Projekt Chaos macht Schule, wo wir teilweise in Schulen unterwegs sind und dort den Schülern vermitteln, zum Beispiel, wie man lötet oder wie man sich am Netz fortbewegt, wie man möglichst wenig Spuren im Netz hinterlässt und ohne, dass man auf einmal merkt, wie das Internet funktioniert und dann schon alles über einen da drin steht. Dann sind wir politisch und gesellschaftlich recht aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Im Moment gibt es unter Innenministern so einen neuen Hype. Jeder will so ein neues Polizeigesetz haben. Da sind wir unter anderem recht aktiv mit. Hier im lokalen Bündnis in Osnabrück ging das Polizeigesetz Niedersachsen als auch im Niedersachsen-Bündnis. Dort, das unterstützen wir auch. Wir sehen das als sehr unsinnig an, zu Zeiten, wo die Kriminalitätsraten auf einem Minimum sind, polizeiliche Mittel und Ähnliches noch weiter zu stärken und die Kompetenzen dort auszuweiten. Dort reden wir über Staatstrojaner, Quellen- und Telekommunikationsüberwachung, die mit diesen neuen Gesetzen quasi grundlos durchgeführt werden sollen. Das heißt, unsere Grundrechte werden dann massiv eingeschränkt und dafür engagieren wir uns im Moment, um dort einmal den Ringschluss zur KI zurückzuführen. Zum Beispiel bei Videoüberwachung und Ähnliches. Wenn dort ausgewertet wird, wäre es auf diesem Video zu sehen. Gesichtserkennung und Ähnliches. Das ist alles maschinelles Lernen im Hintergrund, was auch zum Gebiet der künstlichen Intelligenz gehört. Ein bisschen noch zur Reihe der Chaos-Talks. Wie Jochen schon sagte, haben wir uns mit dieser Reihe den Auftrag gesetzt, die Bevölkerung zu diversen technischen Themen zu informieren, auch zu netzpolitischen Themen. Wir haben jetzt den vierten Chaos-Talk. Die Fülle an Themen ist sehr unterschiedlich. Von IT-Sicherheitsgesetzen über NSA-Untersuchungsausschuss bis zum dritten Talk, wo wir gezeigt haben, wie man mit Drohnen, die man selber gebaut hat, Menschenleben im Mittelmeer retten kann. Bis hin zu heute, wo es um KI und neuronale Netze geht. Warum haben wir das Thema ausgewählt? Wenn man heutzutage in die Zeitungen oder Nachrichten guckt, ist mehrmals die Woche das Thema zum Beispiel autonomes Fahren drin, künstliche Intelligenz und Ähnliches. Aber wir haben irgendwie so festgestellt, das erklärt niemand. Also der Begriff wird immer verwendet, aber niemand weiß, was steckt dahinter. So, und teilweise werden dann auch Horror-Szenarien wie aus irgendwelchen Filmen aufgemalt, dass die künstliche Intelligenz auf einmal selbstständig wird und sich denkt, ach, unterdrücken wir mal die Menschheit. Geht nicht so einfach, weil so eine künstliche Intelligenz lernt eigentlich nur das, was wir ihr sagen, sie soll lernen. Zum Beispiel Katzenbilder erkennen. Eine künstliche Intelligenz, die Katzenbilder erkennen soll, wird nicht auf die Idee kommen, die Menschheit zu unterdrücken. Und wie das mit dieser künstlichen Intelligenz funktioniert, wollen wir euch heute Abend erklären lassen. Dafür haben wir zwei sehr kompetente Redner eingeladen. Zuerst wird Volker Strübing gleich anfangen. Volker Strübing ist 1971 in Thüringen geboren, in Berlin aufgewachsen, war dann in der DDR als Facharbeiter für Datenverarbeitung aktiv. So hieß das damals, was heutzutage Fachinformatiker heißt. Er ist Autor, sehr bekannter Poetry-Slammer, Filmemacher, vielleicht kennt wer die Animationsfilme von ihm, Kloß und Spinne. Er ist begeisterter Amateur im Bereich KI und Machine Learning. Wer seinen letzten Podcast gehört hat, da hatte Volker sich gefragt, warum werde ich dazu eigentlich eingeladen. Wir haben deinen Podcast davor gehört, wo du KI beschrieben und erklärt hast und haben uns gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich ganz gut erklärt, sodass auch Nicht-Informatiker das verstehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das passt doch ganz gut. Und damit möchte ich ganz gerne übergeben an Volker. Ein Applaus bitte. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo, guten Abend. Dann übernehme ich jetzt und fange einfach an. Ich muss bloß kurz eine Sache richtigstellen. Also, zu heute Abend wurde eine kompetente Person eingeladen und die ist nach mir dran. Ich hoffe trotzdem, dass das vielleicht ein bisschen hilft, das Thema zu verstehen oder reinzukommen, das, was ich jetzt erzählen möchte. Ich muss mal kurz gucken, hier hatte wieder, eigentlich sollte jetzt ein grünes Bild dort sein, das ist aber nicht. Ich mache mal kurz, ich fummel kurz hier dran rum. So, jetzt sieht man gar nichts. Jetzt sieht man hier nichts mehr, Entschuldigung. Es ist sowieso klar, dass einiges schief gehen wird heute. Ich weiß noch nicht, was alles genau, weil ich so etwas wie heute normalerweise nicht mache. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben einen Fachvortrag gehalten. Ich war nicht an der Uni, wo man so etwas wahrscheinlich lernen kann oder so. Und ich betrete Neuland und außerdem werde ich einige Sachen ausprobieren, die für mich auch ganz neu sind. Aber das ist im Prinzip schon eine Entschuldigung, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ein grüner Bildschirm, na, es geht doch alles. Das ist doch toll. Richtig cool wäre natürlich, wenn jetzt noch so grüne Zahlenreihen darüber laufen würden, aber das habe ich jetzt nicht mehr hingekriegt. Okay, ja, künstliche Intelligenz, neuronale Netze, maschinelles Lernen. Wie Erik schon sagte, das hört man zurzeit sehr, sehr oft, diese Wörter, diese Themen, diese Schlagwörter. Und oft sind es bloß Schlagwörter und oft, wenn sie gebraucht werden, sind sie verknüpft mit entweder großen Heilsversprechungen. Da ist dann vom Sieg über Krebs und Verkehrsstaus und so weiter die Rede und von noch besserer Werbung und so weiter. Oder verbunden mit apokalyptischen Warnungen. Dann heißt es, dass Abermillionen von Arbeitsplätzen vernichtet werden oder gleich die ganze Menschheit. Und teilweise wird da mit ganz schön großer Kelle ausgeschenkt bei diesen Prognosen. Aber ich bin der Meinung, dass, also daran gibt es auch viel Kritik. Viele sagen, das ist bloß wieder so ein Hype und in 10 oder 20 Jahren ist das wieder vergessen. So wie die KI als Thema schon öfter hochgekommen ist und viele Versprechungen gemacht wurden und dann verschwand sie wieder in der Versenkung. Ich schätze aber, dass sie diesmal gekommen ist, um zu bleiben. Und selbst wenn sich diese Versprechungen und Warnungen als übertrieben herausstellen, selbst wenn die Entwicklung auf dem Stand bleibt, den sie jetzt schon erreicht hat, wird es unser Leben in den nächsten Jahren sehr stark verändern und beeinflussen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich wundere mich, wenn Leute sich gar nicht dafür interessieren. Das kommt mir ein bisschen so vor wie ein Dinosaurier, die während der Asteroid schon am Himmel zu sehen ist, sagen, ja, ganz hübsch, aber ich interessiere mich nicht so für Astronomie. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass KI uns vernichten wird, auch wenn es einige Leute gibt, nicht ganz intelligenzbefreite Leute auch, wie zum Beispiel Elon Musk oder Bill Gates oder Stephen Hawking, die genau davor waren. Aber ich denke, diese Apokalypse oder Apokalypse könnte man vielleicht sagen, wenn man Wortspiele mag, was ich tue, wird vielleicht an uns vorbeigehen. Das ist ein wichtigstes Thema auf jeden Fall. Was die Vernichtung der Menschheit angeht, wenn ich da mein Geld setzen müsste auf etwas, was die Menschheit vernichten würde, dann würde ich doch eher sagen, dass es die Menschen selber sind. Vielleicht eine Kombination aus menschlicher Intelligenz mit intelligenten Waffen oder so, das wäre denkbar. Insgesamt glaube ich aber doch, dass Menschen einander viel zu gerne gegenseitig umbringen, als dass sie das komplett Robotern überlassen würden. Ja, aber wie gesagt, der Einfluss künstlicher Intelligenz wird auf jeden Fall gewaltig sein, davon bin ich überzeugt. Und in übertragenem Sinne wird wohl auch der eine oder andere Saurier dabei den Huf hochreißen. Und apropos Saurier, vielleicht noch ein paar Worte zu mir kurz. Ich bin freischaffender Autor, habe keinen universitären oder sonstigen Background, der mich qualifizieren würde, heute hier zu stehen und über KI zu reden. Ich probiere es trotzdem. Ich war mal ein Computerfreak zu Zeiten, als man Computerfreak noch sagte und nicht Computernerd. Das war Ende der 80er bis Anfang der 90er in der DDR. Ich hatte einen C64, es war toll und habe damals auch ein bisschen programmiert und so weiter. Und war in der Cracker- und Hacker-Szene der damaligen Zeit unterwegs. Man kann also sagen, dass ich so ungefähr weiß, was in Computern vor sich geht. Ich habe aber um das Jahr 1990 herum den Anschluss verloren und bin zum, ja, rein User mutiert. In den letzten Monaten habe ich mich aus, ja, vor allem privatem Interesse sehr bemüht, die Grundlagen und, ja, Konzepte von KI und maschinellem Lernen und so weiter zu verstehen. Und es gibt viele Zeitungsartikel dazu und YouTube-Erklärfilmchen, aber die haben mir in der Regel nicht gereicht. Es gibt da so eine Art Erklärungslücke, möchte ich es mal nennen. Es gibt einmal sehr einfache, sehr unterkomplexe Erklärungen, die funktionieren nach dem Motto, ja, da sind so Neuronen und dann macht es Algebra, Kadabra und hinten fällt das Katzenbild raus oder so. Das ist ein bisschen so, wie es gibt so eine Malbücher, so eine Bücher, die versprechen, hier können Sie lernen, wie man Zeichnen lernt. Und dann sind die Beschreibungen so ungefähr, malen Sie einen Kreis, malen Sie noch einen Kreis und ergänzen Sie den Rest des Gesichtes. So kommen mir manche dieser Erklärungen vor. Wenn man dann weiterguckt und ein bisschen tiefer einsteigen will, dann landet man schnell bei Sachen, wo einem die eigenen Neuronen durchbrennen und man eigentlich genauso gut gleich Informatik hätte studieren können. So, achso, genau. Und ich werde versuchen, jetzt einen Mittelweg zu finden und zu versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen mit meiner Erklärung als die meisten kurzen Erklärungen, die man sonst findet. Aber so, dass es trotzdem noch halbwegs verständlich ist und vor allem ganz ohne Formeln etc. Ja, das hat gewisse Grenzen, die Möglichkeiten meiner Erklärung. Niemand wird danach seinen Staubsaugerroboter zu einem T3000 umprogrammieren können. Und warum Amazon immer diese seltsamen Produktvorschläge macht, kann ich auch nicht erklären. Das bleibt vielleicht meinem Nachredner vorbehalten. Ich habe nach einem Beispiel gesucht. Nein, Moment, ich bin durcheinander. Ich habe hier meine Notizen. Ich sollte mich daran halten. Es sind relativ umfangreiche Notizen. Die werde ich alle vortragen und noch ein paar Äs einbauen. Und gegen 23.30 Uhr kommt dann auch Herr Herzberg zum Vortrag. Ich möchte ganz zu Anfang eine kleine Worterklärung versuchen. Ein paar Worte auseinanderklamüsern, die oft durcheinander gewirfen werden, nämlich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und neuronale Netze. Die werden oft synonym gebraucht, aber sie bezeichnen natürlich verschiedene Dinge. Künstliche Intelligenz ist ja einfach ein Teilgebiet der Informatik, das sich grob gesagt damit beschäftigt, Computer zu intelligentem Verhalten zu befähigen oder zumindest dazu so zu tun, als seien sie zu intelligentem Verhalten fähig. Man unterscheidet dabei zwischen starker künstlicher Intelligenz und schwacher künstlicher Intelligenz. Starke künstliche Intelligenz ist das, was man aus Science-Fiction-Büchern und Filmen kennt. Das heißt, Computer, die uns ebenbürtig oder sogar überlegen sind, die selber denken können, die vielleicht sogar ein eigenes Bewusstsein haben, die sich selbst Ziele setzen können und so weiter, die in der Lage sind, die Welt als Ganzes zu erfassen. Schwache künstliche Intelligenz ist das, was tatsächlich existiert und ein besserer Begriff ist eigentlich begrenzte künstliche Intelligenz oder so. Es sind, man könnte sagen, künstliche Fachidioten, so wie Erik schon sagte, eine künstliche Intelligenz kann beispielsweise darauf trainiert werden, Katzen zu erkennen. Aber wenn sie Katzen erkennen kann, kann sie nicht gleichzeitig im Go gewinnen und auch nicht die Menschheit unterjochen. Da müsste man wiederum eine extra künstliche Intelligenz nehmen, die man darauf programmiert oder trainiert, die Menschheit zu unterjochen. Die könnte dann aber nichts anderes mehr. In diesem Bereich werden zurzeit auch diese ganzen großen Fortschritte gemacht. Eine der Methoden der künstlichen Intelligenz oder einer der Ansätze oder Arbeitsweisen ist das maschinelle Lernen. Dabei wird Software darauf trainiert, zum Beispiel anhand von unzähligen Fotos von Katzen zu lernen, Katzen auf Bildern zu erkennen. Katzen auf Bildern erkennen ist einfach ein tolles Beispiel. Es wird noch ein paar Mal auftauchen. Es gibt neben maschinellem Lernen noch andere Ansätze zur künstlichen Intelligenz. Die sind dann meistens regelbasiert. Da wird dem Computer im Prinzip genau vorgegeben, was er zu erkennen hat oder so. Das würde so funktionieren, dass tatsächlich eine Anweisung da besteht, die lautet, wenn es Schnurrbarthaare hat, maunzt und vier Beine hat, dann ist es eine Katze. Und dann gibt es noch eine Milliarde andere Anweisungen, die ihr erklären, was genau Schnurrbarthaare sind und was maunzen bedeutet. Beim maschinellen Lernen dagegen lernt der Computer selbst, Muster zu erkennen und eigene Lösungen für Probleme zu finden, zum Beispiel für die Frage, wie der nächste Spielzug beim Go aussehen soll. In gewisser Weise könnte man sagen, dass sich der Computer dabei selbst programmiert. Das dritte Wort, das ich meine, ist künstliche neuronale Netze. Dazu möchte ich was sagen. Das ist eine der Methoden des maschinellen Lernens. Auch da gibt es viele andere Methoden, zum Beispiel Support-Vektor-Maschinen, genetische Programmierung, Decision-Trees und so weiter. Aber dazu will ich heute nichts sagen. Erstens, weil die Zeit nicht reicht und zweitens, weil ich mich damit noch nicht wirklich beschäftigt habe. Außerdem sind neuronale Netze zurzeit die Popstars im Bereich des maschinellen Lernens und das meiste, was man so hört, hat neuronale Netze zur Grundlage. Die Idee dahinter ist, die Vorgänge in einem Gehirn zu simulieren anhand von künstlichen Neuronen, die wie echte Neuronen miteinander verknüpft sind. Jedes Neuron mit vielen anderen. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Über diese Verbindungen werden Informationen ausgetauscht, im Falle des Hörns in Form von elektrischen Signalen. Und die Verbindungen zwischen diesen Neuronen sind unterschiedlich stark. Und Lernen heißt im Prinzip, die Stärke dieser Verbindungen zu verändern. Ganz grob gesagt, aber ich komme da auch gleich noch drauf zurück. Und es wird hoffentlich etwas deutlicher werden. Okay, ans Werk. Ich habe schnell gemerkt, dass Metaphern nicht taugen, um neuronale Netze zu erklären. Es gibt da so ein paar Ansätze. Es ist oft die Rede von irgendwelchen Gläsern, die erst überlaufen, wenn sie ganz voll gegossen sind und so weiter. Aber Metaphern sind toll. Als Autor liebe ich Metaphern auch. Aber sie neigen dazu, sich zu verselbstständigen. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man zwar die Metapher verstanden hat, aber von dem, was die Metapher beschreibt, kein bisschen mehr weiß. Darum habe ich stattdessen nach einem Modell gesucht. Modelle haben den Vorteil, dass man mit ihnen rumspielen kann, dass sie bis zu einem gewissen Grad auch funktionalisieren und man diese Funktionalität ergründen kann. Und sie auch immer weiter verfeinern und dem Original annähern kann. Modelle kann man auch im Kopf bauen. Man braucht kein Papier, kein Holz, kein Metall, kein Leim, keine Nägel dazu. Ich habe ein Modell gefunden, das, wie ich hoffe, ganz gut funktioniert. Und ja, das baue ich jetzt hier auf. Mit vielen Kabeln, lustig blinkenden Lämpchen, einer A Cappella-Band und jeder Menge Neuronen. Das mit der A Cappella-Band klingt jetzt komisch, wird sich aber auch gleich klären. Die Neuronen sind auch keine echten, sondern natürlich sehr große zum Anfassen. Wir wollen etwas haben, was man anfassen, angucken und anhören kann. Es gibt ein Audio-Effekt-Gerät, das so ähnlich funktioniert wie ein Neuron. Und das ähnlich, bitte ich, sehr weit gefasst zu sehen. Und zwar heißt das Gate. Und ich fange mal an mit dem, so, Moment, jetzt, oh, Entschuldigung. So, ja, das ist ein Gate. Es sieht nicht wirklich so aus, das ist ein Gate so gut, wie ich es malen kann. Ein Gate hat einen Input und einen Output. Man schickt ein Tonsignal rein und wenn dieses Tonsignal einen bestimmten Lautstärkewert überschreitet, dann erst wird es weitergegeben. Dieser Lautstärkewert heißt Threshold oder Schwellwert und sobald das Signal lauter ist als dieser Schwellwert, wird es weitergegeben. Ich habe hier eine fantastische Animation gemacht, die das, so, ja, wird das klar, so, also bis zum Erreichen des Schwellwertes, der in der Mitte eingestellt ist, wird es nicht weitergegeben. Und sobald es darüber rausgeht, kommt es raus und wird ausgegeben. Als nächstes brauchen wir für unser, oder als allererstes brauchen wir für unser kleines Selbstbauneuronales Netz ein Input. Und als Input verwenden wir heute Abend hier ein A Cappella Chor, eine kleine vierköpfige A Cappella Band, die für uns singen wird. Die Stimmbänder. Ich entschuldige mich sehr für den Namen. Ein schlimmes Wortspiel, ich gebe es zu. Aber man muss auch sagen, dass A Cappella Bands oft schlimme Wortspiele als Namen haben. A Cappella Bands gelten auch so ein bisschen als die Friseure unter den Musikern. So, ja, sie stehen schön im Quadrat, so wollen wir das auch haben, weil wir wollen nachher Muster erkennen. Aber jetzt erst mal weiter mit dem Einkaufszettel, mit den Sachen, die wir brauchen für unser Netzwerk. Als erstes brauchen wir ein weiteres Gate. Allerdings verwenden wir eine etwas andere Form. Nö, das ist ja nochmal die beste. Dankeschön. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich wollte noch kurz demonstrieren, was unser Netzwerk am Ende erkennen soll. Nämlich verschiedene Kombinationen von Sängern. Und zwar, wenn genau zwei nebeneinander stehende A Cappella Bandmitglieder singen. Also entweder eine horizontale oder eine vertikale gerade Linie. Die soll erkannt werden. Ich habe da dieses kleine Raster, dieses Gitter drunter gelegt, damit man, ja, auch, um es ein bisschen visuell eindrücklicher zu machen und um später auf dieses A verzichten zu können. Was, glaube ich, in unser aller Interesse ist. So, als nächstes brauchen wir Gates. Und zwar nehmen wir besondere, nämlich Gates mit vier Inputs und vier Outputs. Damit wir hinterher alles schön verkabeln können. Das werden wir gleich sehen. Ich demonstriere das mal kurz, wie das dann aussieht. Man hat ein Gate. Es kommt beispielsweise von vier Sängern ein Input rein, ein Eingang rein. Das Inputsignal ist einfach der zusammenaddierte Input der Gesang der vier Chormitglieder. Und aus jedem der einzelnen Ausgänge kommt das komplette Signal auch raus. Das heißt, da wird noch ein kleiner Verstärker wahrscheinlich eingebaut sein. So, ja, ich denke, das ist relativ verständlich. Als nächstes brauchen wir Kabel, um alles miteinander zu verbinden. Und dafür nehmen wir auch besondere Kabel, die mit einem Lautstärkeregler versehen sind. Das ist eigentlich auch selbsterklärend. Ja, so, damit können wir fast schon anfangen. Wir brauchen bloß noch später einen Output. Der ist aber einfach eine Pegelanzeige. So, okay, fangen wir an mit dem eigentlichen Netzwerk. Vorher mal ein Soundcheck. So, das ist die Ausgangssituation. Wir haben unsere vier Chormitglieder. Jeder ist mit einem Gate verbunden. Und ich weiß nicht, warum ich die so komisch verkabelt habe hier auf dem Bild. Es wäre ja viel logischer gewesen, den links oben auch ans oberste anzuschließen. Aber es ist jetzt halt so. Damit müssen wir jetzt leben. Ich hoffe, man kommt damit klar. Wir können mal einen kurzen Soundcheck machen. Vielleicht könnt ihr kurz was singen. Okay, was sollen wir denn singen? Ist egal, von mir aus das Telefonbuch. Oh, das studieren wir gerade erst ein. Vielleicht geht auch was anderes. Ja, ja, irgendwas. Prima. Danke, 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 reicht schon. Keine Sorge, der Ton wird nachher ausgeschaltet sein. So, das, was wir hier sehen, ist unsere erste Schicht, wie es beim Netzwerk heißt. Wir bezeichnen es hier mal einfach als Reihe. Unsere erste Reihe, nein, bleiben wir dabei, unsere erste Schicht, die sogenannte Input-Schicht wird das später werden. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch die Fachbegriffe vermeiden, habe aber vergessen, welchen anderen Begriff ich mir dafür ausgedacht habe. Also bleibe ich jetzt dabei, das Input-Schicht zu nennen. Und wir sehen, die Schwellwerte sind hierbei so eingestellt, dass praktisch alles durchkommt, sobald die singen. Nur jetzt, wenn sie mal atmen oder einen Schluck aufhaben oder rülpsen oder so, dann wird das rausgefiltert. Dafür werden Gates auch oft verwendet im tatsächlichen Einsatz, um beispielsweise Hintergrundgeräusche abzuschneiden oder Atmer rauszufiltern oder Ähnliches. Das ist ziemlich langweilig bis jetzt. Was wir jetzt noch brauchen, ist mehr Kabel und mehr Gates. Und da kommt hier die zweite Schicht. So, ja, wir stellen die Schwellwerte auf einen mittleren Wert und dann verbinden wir alles mit allem. Und ich habe das Konzept Spaghetti Neuronale genannt. Und ich hoffe, man sieht durch. Mit den Farben sollte es ungefähr verständlich sein, aber ich klamüse das mal noch auseinander. Das ist also der jetzige Aufbau und ich schalte mal drei von den Chormitgliedern weg. Dann sehen wir das. Also der ältere Herr ist über seinen Eingang mit den vier Gates der zweiten Schicht verbunden. Man sieht, diese Lautstärkeregler sind alle auf verschiedenen Werten. Die sind völlig willkürlich eingestellt. Und wenn er jetzt singen würde, was ich uns allen erspare, dann, oder ich zeige es kurz so, dann sieht man es einmal, ohne es zu hören. Wenn er singt, sieht man, dass an allen vier Gates, je nach Einstellung der Lautstärkeregler, an den Kabeln unterschiedliche Werte ankommen. So, das sind nochmal alle. Und jetzt nehmen wir mal, verkleinern wir mal die zweite Schicht. Dann sieht man, dass jeder der Sänger über seinen Output mit jedem einzelnen Gate, hier beispielhaft dargestellt, am ersten verbunden ist. Und was halt bei jedem Gate ankommt, ist ein Mix aus allen vier Signalen. Je nachdem, wie die Lautstärkeregler eingestellt sind, ist der Mix unterschiedlich. Jetzt würde man zum Beispiel, man sieht, das hier ist praktisch runtergedreht. Das heißt, wenn man das jetzt hören würde, wenn man da einen Kopfhörer anschließen würde, würde man den Herrn mit dem grünen Kabel praktisch gar nicht hören. So, dann fangen wir mal an, richtig zu bauen und bauen noch eine dritte Schicht dazu. Das funktioniert nach genau demselben Prinzip. Drei Gates, diesmal habe ich sie kleiner gemacht und weil wir, warum, sage ich gleich. Und jedes der Gates dieser Schicht ist wiederum mit jedem Gate der Schicht davor verbunden, über Kabel mit Lautstärkereglern. Es wird jetzt kleiner, die Schicht ist ein bisschen kleiner, weil am Schluss wollen wir bloß noch zwei Gates haben, beziehungsweise zwei Anzeigen. Die Ausgabeschicht, die aus zwei LEDs bestehen soll, die quasi für Ja und Nein stehen. Und ja, die ich, die demonstriere ich mal hier, die sieht man hier. Das ist quasi die Ausgabe und das ist auch schon das komplette Netzwerk, das ich hier heute vorstellen und erklären möchte. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Test dafür vorbereitet. Wenn Sie singen, dann kommen irgendwelche relativ zufälligen Werte am Ausgang an und bei jedem einzelnen Gate in jeder einzelnen Schicht, weil die Lautstärkeregler auf völlig zufälligen Werten stehen. So, ja, das war's. Damit bin ich fertig. Ne, ne, es geht noch ein bisschen weiter. Oh, ich mache mal schnell weiter. So, ich habe jetzt mal rausgenommen, den ganzen Mittelteil rausgebaut, damit es nicht zu verwirrend wird. Und außerdem, weil es ansonsten so schwierig geworden wäre, das alles zu animieren. Wir haben also hier die Eingabeschicht, unseren Chor und dort die Ausgabeschicht, zwei LED-Anzeigen. Und wir wollen, dass diese LED-Anzeigen uns anzeigen, ob eine Linie von Menschen singt oder nicht. Ich demonstriere das mal kurz hier ran, so an einem Bild. Wenn beispielsweise die beiden unteren singen, dann ist das eine Linie, nach meiner Definition. Und die obere Ausgabe, die für quasi, ja, es ist eine Linie, stehen soll, soll einen möglichst hohen Wert anzeigen, während die untere am besten ganz aus ist oder einen kleinen Wert zeigt. Ein anderes Beispiel wäre, jetzt nochmal das Ding, ach ja, genau. Man könnte jetzt sagen, dass es quasi einen Zielwert gibt für diese Ausgaben. Wenn eine Linie angezeigt wird, dann ist unser Ziel, dass diese obere Anzeige eine 10 anzeigt oder eine 9, besser gesagt. 9 LEDs sollen dann leuchten und unten sollten 0 leuchten. Ich habe die Zahlen jetzt hier weggelassen, weil wir Zahlen nicht brauchen, aber vielleicht trotzdem ganz kurz einen Ausflug in die Welt der Zahlen. Man könnte also sagen, unser Ziel unten ist 0 und unser Zielwert oben ist 9, falls eine Linie von Leuten sinkt. Wenn man diesen Zielwert hat und den tatsächlichen Wert, den wir hier sehen, oben ist es 7, unten ist es 2, kann man berechnen, wie falsch die Anzeige ist. In diesem Fall wäre das oben Zielwert 9 minus tatsächlicher Wert 7, ergibt einen Fehler von 2. Unten Zielwert 0, tatsächlicher Wert 2, ergibt einen Fehler von minus 2. Das Vorzeichen lassen wir weg. Wir haben also zweimal den Fehler 2. Man könnte also sagen, der Fehler in diesem Fall beträgt 4. Ein anderes Beispiel wäre, dass einer links oben und einer rechts unten sinkt. Das soll keine Linie sein. Ich habe beschlossen, dass das keine Linie ist. Es geht nur um gerade Linien. In dem Fall sollte also möglichst die obere Anzeige überhaupt nicht leuchten, die untere dagegen voll. Man könnte jetzt wieder den Fehler ausrechnen, aber wir brauchen die Zahlen jetzt nicht. Uns reicht die visuelle Überprüfung. Es gibt natürlich noch ein paar Sonderfälle, wie zum Beispiel das. Wenn niemand sinkt, ist logisch, dass das auch keine Linie ist. Und wir werden es aber, egal was wir probieren, wir werden es nicht schaffen, dass die rechte untere Anzeige leuchtet, wenn es keinen Input gibt. Darum können wir auch einfach jetzt definieren, dass alles, was nicht oben, Moment, anders, wir können definieren, dass bei einer Linie soll oben eine möglichst hohe Anzeige kommen und unten möglichst keine. Und bei allen anderen Mustern, alle anderen, Entschuldigung, alle anderen Kombinationen entsprechen keiner Linie. Das heißt, zweimal null ist auch keine Linie oder wenn beide voll ausschlagen, dann heißt das auch, dass es keine Linie ist. Nur wenn oben ein Ausschlag ist und unten keiner, haben wir eine Linie. Okay, woher soll dieses Netzwerk das nun wissen? Es weiß es natürlich nicht. Es bringt irgendwelche zufälligen Werte. Dafür müssen wir es trainieren. Und jetzt kommt der Punkt, ab dem es für mich sehr, sehr spannend wird, weil ich tatsächlich das... Moment, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe im letzten Sommer beschlossen, dass ich anfangen will, programmieren zu lernen und im Zuge meiner Beschäftigung mit künstlichen Intelligenzen und neuronalen Netzen habe ich begonnen, Python zu lernen. Und da, Python oder Python, keine Ahnung, da einige Experimente gemacht, schnell davon abgelassen und angefangen ein Jump'n'Run-Spiel zu programmieren. Das ist eine quasi Umsetzung, eine neumodische Umsetzung des Märchens von Rotkäppchen. Es dreht den Titel Rothelmchen, weil es im Weltraum spielt und darum hat Rotkäppchen keine Kappe, sondern einen Helm auf und einen Raketenrucksack. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Damit will ich bloß Zeit schinnen. Ich muss überhaupt keine Zeit schinnen. Es ist... Ich habe sowieso noch viel zu viel vor. Also jedenfalls habe ich dann Ende dieses Jahres, als dieser Termin näher rückte, begonnen zu versuchen, dieses Netzwerk, das ich hier vorgestellt habe, nachzuprogrammieren, damit wir es live ausprobieren können. Und es ist mir so halbwegs gelungen. Es ist noch alles mit sehr vielen Fehlern behaftet, aber es reicht, um es ein bisschen zu demonstrieren. Programmiert in der wunderbaren Godot-Engine. Wer sich dafür interessiert, eine tolle freie Spiele-Engine, die eine Skriptsprache hat, die sehr an Python angelehnt ist, was mir sehr entgegenkam. Und da ist es. Hurra. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, zumal ich ungefähr 50 Prozent dieses Programms in tiefer Nacht mit einem umgeschnallten Baby, das jetzt sieben Wochen alt ist, programmiert habe. Ich möchte darauf ausdrücklich hinweisen und mich selber loben. Es fetzt total und es funktioniert so halbwegs. Es sieht leider nicht so schön aus wie der Rest. Also zum Beispiel fällt auf, dass diese Kabel, die sind natürlich nicht so schön. Das war schöner mit den Spaghetti vorhin bei dem selbst gemalten. Allerdings muss ich auch sagen, dass natürlich man so sehr viel Material spart, weil man nicht so lange Kabel braucht. Außerdem denkt sich vielleicht manch einer, der hat ja die Kabel vergessen, die von den Core-Mitgliedern zu den Input-Gates führen. Aber dafür habe ich einfach fortschrittliche Funktechnologie eingesetzt und konnte so auf die Kabel verzichten. Okay, ich sage es gleich jetzt. Es gibt keine Tonausgabe. Man wird sie also nicht singen hören, was aber vielleicht einige freut. Ich kann jetzt auf diese Figuren klicken und dann sieht man, er beginnt zu singen und sein Signal wird über sein Gate und die daran angeschlossenen Lautstärkeregler an alle anderen Gates weitergeleitet und kommt irgendwann hier hinten an. Und dort wird auch gleich der Fehler ausgerechnet. Ich muss jetzt noch einsch... Ja, wir probieren mal eine Linie aus. Beispielsweise das sollte eine Linie sein. Muss ich hier oben kurz klicken. Hier sieht man, der Zielwert wäre, dass das voll leuchtet und das ganz aus ist. Haut natürlich überhaupt nicht hin. Beide leuchten viel zu stark und das wollen wir jetzt ändern. Dazu kann man hier an diesen Reglern drehen und sieht, wie sich der Wert verändert. Und das ist natürlich ein bisschen mühselig. Ich habe eine... Wir machen das gleich automatisch, aber erstmal noch ein bisschen per Hand. Eine Sekunde, bitte gestatten Sie mir eine kurze Denkpause und einen Schluck Bier. Okay, wir wollen also die Regler so einstellen, dass hinten unser gewünschtes Ergebnis rauskommt. Mir fällt ein, dass ich eine wichtige Erklärung oder einen wichtigen Begriff vergessen habe. Nämlich zu erklären, was Supervised Learning und Unsupervised Learning ist. Wir probieren es hier mit Supervised Learning. Das ist betreutes Lernen praktisch. Man zeigt dem Computer Beispiele oder dem Netzwerk und sagt ihm dann, das ist eine Linie, das ist eine Katze, das ist der Feind oder so. Und man zeigt ihm möglichst viele Beispiele und anhand dessen soll er lernen. Das heißt, darum muss ich hier selber eingeben, ob es eine Linie ist oder nicht. Also ich habe jetzt die eingeschaltet und es ist eine Linie. Der Wert, der herauskommt, entspricht nicht unseren Vorgaben. Also können wir dran rumschrauben an den Reglern. Wir können das sehr willkürlich machen. Ich habe hier eine kleine Hilfefunktion eingebaut, nämlich wenn ich auf Minus oder Plus drücke, dann wird der Wert um ein kleines Stückchen verändert. Um 0,1 glaube ich, ist die Schrittweite. Ich habe hier alles auf Werte zwischen 0 und 1 eingestellt, nicht 0 bis 10. Das heißt, wenn einer sinkt, dann kommt eine Ausgabe von 0,99 und wenn sie stumm sind, dann kommt bloß 0,01. Ich kann kurz demonstrieren hier nochmal die Funktion der Gates. An denen kann man natürlich auch rumschrauben, die lassen wir aber, wie sie sind. Wir sehen, dass der Wert zu hoch ist unten und müssten dafür sorgen, dass hier unten weniger ankommt. Und wir können mal hier auf Minus drücken und es gibt eine akustische und optische Kontrolle, ob der Wert danach besser oder schlechter ist. Ja, es ist besser. Meine kleine Tochter, meine Erstgeborene, hat mir bei den Soundeffekten geholfen. Und wir können mal alle durchgehen und einfach wild dran rumklicken. Nein, das war nicht gut. Jetzt sieht man, das war falsch. Darum macht er das Plus jetzt rot als Zeichen, dass beim nächsten Durchgang in die andere Richtung geändert werden soll. Und der Wert ist wieder zurückgestellt worden. Und drücken wir hier. Auch nicht gut. Auch nicht gut. Schrecklich. Ich mach mal den... Naja, ne, bisschen geht's noch. Ich höre meine Tochter gerne. Ich muss heute auf sie verzichten. Insofern bin ich ganz froh, sie zu hören. Auch falsch. Das ist logisch, weil wir hinten insgesamt viel zu hohe Werte haben, die sich aufsummiert haben. Ich mach mal kurz ein Reset der Gewichte und wir können mal hier anfangen zu schrauben. So ein bisschen... Und... Ah ja, das sieht doch gut aus. Jetzt, wenn ich jetzt hier beispielsweise drehe an diesem Regler, sieht man ein Problem dieses Netzes, beziehungsweise dieses Gates. Es kommt, obwohl es einen Input gibt, kommt hinten nichts mehr an, weil das alles durch die Threshold-Regler, durch die Threshold-Wert unterwegs abgeschnitten wird. Darum möchte ich gleich noch etwas anderes einfügen, nämlich eine andere Aktivierungsfunktion. Dieser Threshold ist die Aktivierungsfunktion dieses Netzwerkes, die bestimmt, wann ein Neuron, ein Gate, aktiv wird. Und da in diesem Fall, ja, jeder zu kleine Wert komplett abgeschnitten wird, haben wir überhaupt keine Kontrolle hier hinten mehr, ob das eine Verbesserung gibt oder eine Verschlechterung, wenn wir die Werte ändern. Darum habe ich eine Funktion, ich nenne sie Gate++ eingebaut, die sorgt dafür, dass auch wenn der Threshold nicht erreicht wird, ein kleiner Teil des Signals, ich glaube, ich habe irgendwie ein Fünftel oder sowas eingestellt, trotzdem durchgereicht wird. Insofern, auf diese Weise haben wir immer sofort eine Kontrolle, ob es besser wird oder schlechter. Ja, okay, ich mache mal den Ton aus. Auf diese Weise könnten wir jetzt alle Regler durchgehen, auf jeden einmal drücken, sehen, ob es besser wird. Wenn es besser wird, machen wir beim nächsten Mal dasselbe nochmal. Wenn es schlechter wird, stellen wir den Wert zurück und merken uns, dass wir beim nächsten Mal in die andere Richtung gehen. So gehen wir Regler für Regler durch und gucken am Ende, ob unser Gesamtfehler gesunken ist oder nicht, was er dann eigentlich sein müsste. Und dann fangen wir wieder von vorne an, solange bis irgendwann da hinten ein möglichst kleiner Fehler rauskommt. Und wenn wir damit fertig sind, sind wir verrückt, weil man das sehr, sehr oft machen muss. Und vor allem wird der Chor wahrscheinlich zwischenzeitlich Amok laufen. Aber hier habe ich eine Funktion, der Computer kann das zum Glück für uns alleine machen. Ich muss das mal kurz hier hinzufügen machen als Lernset. Jetzt haben wir hier ein Set definiert von einem Muster, das der Chor singt oder einem Song. Und das können wir jetzt das Netz lernen lassen. Es geht einfach so, wie ich das gerade gemacht habe, Schritt für Schritt alle Regler durch. Dreht in die eine Richtung, guckt, ob das Ergebnis besser wird. Geht dann zum nächsten Regler, guckt, ob es besser wird und geht dann wieder von vorne alle Regler durch. Und je nachdem, ob der Wert sich beim vorigen Durchlauf verbessert hat oder nicht, wird die Richtung geändert oder nicht. Ja, ich finde, es sieht toll aus. Wenn es grün ist, dann wird der Wert höher. Wenn es rot ist, dann wird er kleiner. Wenn es blau ist, dann hat er aufgegeben. Er fängt dann wieder an. Er nähert sich langsam einem vernünftigen Wert. Man sieht, es wird kleiner, der Gesamtfehler. Ganz klein wird er wahrscheinlich nicht werden. Er sieht auch, wie er hin und her springt. Er probiert halt alles Mögliche durch. Aber das ist ja eigentlich schon ganz gut. Wenn wir jetzt hier anschalten, dann sagt er das Anschalten und fragen, ob es eine Linie ist. Dann kriegen wir die Ausgabe. Ja, es ist eine Linie beim lumpigen Fehler von 0,21. Das ist doch herrlich. Und wir können mal probieren, wie es aussieht, wenn wir die unten anschalten. Ja, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Obwohl ich mich gerade wundere, warum das jetzt so aussieht. Ah ja, weil da oben viel zu viel Input ankommt, der aufsummiert wird. Kurz, wir haben jetzt dieses Netzwerk so eingestellt, dass es für genau ein Beispiel das Ergebnis bringt, das wir wollen. Und das ist natürlich vollkommen sinnlos. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir wollen, dass das Netzwerk so eingestellt ist, dass es bei jeder Kombination, die wir eingeben, die richtige Antwort liefert. Dafür müssen wir es mit vielen Beispielen trainieren. Ich habe hier mal ein Trainingsset vorbereitet. Er wird jetzt diese Beispiele alle nacheinander durchprobieren. Und er geht erst das erste, alle Regler beim ersten durch, dreht an denen rum, geht dann zum zweiten Bild, schraubt wieder an den Reglern, geht zum dritten, schraubt wieder an den Reglern und so weiter, bis er einmal durch ist. Dann fängt er wieder von vorne an und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und hoffentlich minimiert sich der Gesamtfehler oder wird zumindest etwas kleiner. Und das probieren wir mal kurz aus. Man sieht immer nach einem Durchlauf aller Beispiele wird der Gesamtfehler korrigiert und wir sehen schnell, dass er nicht wirklich viel kleiner wird. Es ist natürlich so, wenn man die Werte für eins dieser Muster verbessert und dann zum nächsten Muster geht, kann es sein, dass diese Verbesserung zurückgenommen wird, weil sie für dieses Muster die Werte verschlechtert hat. Das liegt einfach daran, in diesem Fall an verschiedenen Punkten. Ein der allerwichtigste ist, dass wir einfach mit diesem Netzwerk und es tut mir leid, jetzt alle enttäuschen zu müssen, dieses Netzwerk funktioniert nicht. Es ist vollkommen unmöglich, mit diesem Netzwerk irgendwas Vernünftiges rauszukriegen. Das liegt vor allem daran, dass die Datenbasis viel zu klein ist. Mit vier Sängern haben wir maximal 16 mögliche Muster, auf die wir es trainieren können und das reicht einfach nicht. Neuronale Netze, diese ganzen KI-Anwendungen, die man kennt, arbeiten mit Hunderttausenden oder gar Millionen von Beispielbildern. Sie bestehen aus Inputschichten, die den Pixeln eines Bildes entsprechen zum Beispiel und aus manchmal Hunderten von Reihen von Layers, von Schichten mit sehr, sehr vielen Neuronen bzw. Gates. Ich merke, dass ich mich mit der Zeit ein bisschen vergaloppiere, damit habe ich schon gerechnet, ich kann das aber hier gleich abbrechen. Ich möchte noch kurz einige Sachen klarstellen, bloß ein paar Worte nochmal erklären, die im Zusammenhang mit neuronalen Netzen oft auftauchen. Das ist einmal der Begriff Layer oder Schichten. Das sind die einzigen einzelnen Reihen von Gates, die wir hier sehen. Und wenn man hört, etwas ist ein tiefes neuronales Netz, dann bedeutet das, dass es aus mehreren solcher Schichten zusammengesetzt ist. Man hätte natürlich auch ein Netz bauen können, das bloß aus einer Schicht besteht, aber das wäre dann kein tiefes neuronales Netz. Diese erste Schicht ist der Input Layer, die hintere Schicht ist der Output Layer und das, was dazwischen ist, ist der Hidden Layer. Und das ist auch das, auf das man normalerweise überhaupt keinen direkten Einfluss hat. In dem man, wo man nicht sagen kann, wie eine Änderung an einer Stelle sich auf, Entschuldigung, wie genau sich die Änderungen an einer Stelle auf die folgenden Layer auswirken. Man kann es schon sagen, aber nicht auf einfache Art und Weise. Dann sind diese Kabel mit den Lautstärkereglern, die heißen im wirklichen Leben bzw. bei echten künstlichen neuronalen Netzen Gewichte, Verbindungen und Gewichte. Die bestimmen, wie stark der Einfluss eines Neurons auf ein anderes ist bzw. auf alle anderen Neuronen der nächsten Schicht. Den Vorgang der Fehlerminimierung oder den Vorgang der, Entschuldigung, eine Sekunde, ich hätte bei meinen Notizen bleiben sollen. Den Vorgang durch das Netz so rückwärts durchzugehen, die Gewichte zu verändern und zu gucken, wie man den Fehler verändern kann oder verbessern kann, den nennt man Backpropagation. Und ich muss dazu sagen, das, was wir hier gemacht haben, war keine Backpropagation, das war einfach Sinnloses rumzuwerken und ausprobieren. Nicht Sinnloses, aber es war einfaches Ausprobieren, Brute Force, wie man es auch nennt. Wir haben einfach per Hand und per Auge versucht, das Netz einzustellen und das funktioniert so einfach nicht. Das Tollste wäre natürlich, wenn man sich die Beispielsets angucken würde und dann dieses Netzwerk und dann sagen könnte, wie die Regler eingestellt werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Aber das ist unmöglich und tatsächlich ist es auch nicht möglich, eine mathematische Funktion zu definieren, die einfach sagt, welche Einstellung die richtigen wäre. Es muss sich da angenähert werden. Der Fehler wird in neuronalen Netzen schrittweise verringert und diesen Vorgang nennt man Backpropagation. Das schrittweise durchgehen durch das Netzwerk, das Verändern der Gewichte und die Anpassung der Schrittweiten, der Veränderung der Gewichte und so weiter. Aber ich hoffe, da können Sie dann noch etwas zu sagen zum Thema Backpropagation. Zu guter Letzt ist es Zeit zum Schluss zu kommen und das Mikro zu übergeben. Wir machen vorher noch eine Pause, keine Sorge. Möchte ich trotzdem noch eine Funktion vorstellen, die, glaube ich, einzigartig ist an meinem Netzwerk, die auch bei aller gebotenen falschen Bescheidenheit, muss ich sagen, mich zu einem der führenden Experten weltweit auf dem Gebiet der KI-Sicherheit macht. Und diese Funktion habe ich Nemesis genannt. Das ganze Programm habe ich Hybris genannt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das für einen Programmieranfänger doch ein ganz schön großes Projekt ist. Egal, die Nemesis-Funktion. Ein anderer Titel dafür wäre der Gates-Hawking-Elonator zu Ehren von Bill Gates, Stephen Hawking und Elon Musk. Entschuldigung, ich habe es gerade noch gesagt, habe ich die so benannt, drei wichtigen Mahnern vor den Gefahren der KI. Wird ausgelöst, falls ich irgendwann merke, dass dieses Netz doch plötzlich anfängt zu denken, Arbeitsplätze zu vernichten, die Menschheit zu unterjochen oder auch nur schlechte Produktvorschläge bei Amazon mir zu unterbreiten und die möchte ich zu guter Letzt noch vorführen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich finde, die sollte in jede ernstzunehmende KI eingebaut werden. Zu guter Letzt noch ganz als allerletztes ein kleiner Literaturtipps. Wer sich dafür interessiert für neuronale Netze und etwas tiefer einsteigen möchte, aber nicht zu tief, zwei Buchtipps. Einmal neuronale Netze selbst programmieren. Das ist ein Buch, in dem erklärt wird, in dem man ein neuronales Netz programmiert in Python. Es gibt eine Einführung in Python und es gibt vor allem eine Einführung in neuronale Netze, die Mathematik, die dahinter steckt. Und die Programmiertechniken, die da angewendet werden, auf wirklich noch verständlichem Niveau. Ich musste meine Schulmathe der 10. Klasse wieder reaktivieren, was auch sehr spannend war. Aber ja, es liest sich auch toll. Wer keine Lust hat zu programmieren, kann das Buch trotzdem lesen. Er liest einfach bloß die erste Hälfte, wo die mathematischen Grundlagen erklärt werden und überhaupt, wie das Ganze funktioniert. Ein bisschen tiefer geht das Buch Neural Networks Visual Introduction von Michael Taylor. Vor Beginners ist der Untertitel, aber da geht es schon ganz schön zur Sache, muss ich sagen. Trotzdem sehr empfehlenswert. Und zu guter Letzt die Webseite www.schnipselfriedhof.de von mir. Dort findet man meinen Podcast, mein Schipselfriedhof. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe das vorhin kurz hier draußen am Getränketisch geschrieben. Naja gut, denken Sie... Ach du Scheiße. Schnipselfriedhof, bitte merken Sie sich den Namen. Jetzt haben Sie es wahrscheinlich besser drin, als wenn das nicht passiert wäre. Dort findet man meinen Podcast, Videos von mir, Bücher von mir und noch alles mögliche andere. Und jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Unsinn erzählt und mich nicht allzu sehr verrannt. Und Sie haben ein bisschen was daraus mitnehmen können oder sich zumindest an den Fehlern erfreut. Und ja, wünsche eine schöne Pause. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und bin sehr gespannt auf den zweiten Teil und Herrn Herzbergs Vortrag. Dankeschön. Applaus Ja, wir wollen gleich in die angekündigte Pause gehen, aber zuerst mal noch Fragen und Antworten. Oh. Wir räumen ein paar Minuten ein. Wenn ihr noch Fragen habt, zeigt kurz auf. Ich komme mit dem Mikro zu, euch dann laut und deutlich sprechen, damit Volker antworten kann. Meldung bitte jetzt. Ihr habt alles verstanden. Das ist gut. In der Stunde schreiben wir einen Kurztest. Keine Fragen. Ja. Möglicherweise habe ich etwas falsch verstanden, aber ich habe es eben so verstanden, dass immer nur an einer Stelle geschraubt wurde, um den Lernprozess zu erreichen. Hätte man nicht auch an verschiedenen Stellen gleichzeitig schrauben können? Naja, wirklich gleichzeitig passiert beim Computer sowieso nie etwas. Er arbeitet immer nacheinander die Befehle ab. Aber eigentlich, also man muss sich entscheiden, wo fängt man an und wo geht man hin. Und ja, also ich weiß nicht. Es ist ja sowieso, man könnte natürlich an allen Schrauben erst mal an allen drehen. Ich bleibe mal auch bei diesem Bild, dass wir selber an den Reglern drehen. Man könnte natürlich auch an allen Reglern drehen und danach gucken, wie sich das Ergebnis verändert hat. Aber es ist natürlich viel einfacher, an einzelnen Reglern zu drehen und dann zu gucken, wie wirkt sich das auf das Gesamtergebnis aus. Als erst an allen zu drehen, dann zu gucken, wie hat sich das Gesamtergebnis verändert. Dann weiß man ja wieder nicht, welcher Regler welchen Einfluss darauf hatte. Ja, systematisch muss man in jedem Fall durchziehen. Da stimme ich zu. Aber ich dachte, man könnte vielleicht auch an zwei Stellschrauben drehen und dann gucken, was passiert. An zwei Stellen geht auf alle Fälle. Mit zwei Händen sollte das kein Problem sein. Aber ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht diese Frage tatsächlich, kann ich die jetzt nicht genau beantworten, sondern nur so, wie ich das eben gesagt habe, dass es mir auch sinnvoller erscheint, Regler für Regler durchzugehen und zu gucken, ob das Ergebnis sich verbessert hat oder nicht. Ist natürlich auch eine andere Sache, ob man das auf diese Art hier macht, wo wir nichts als die Kontrolle haben, ob es besser wird oder schlechter wird oder ob es einen Backpropagation-Algorithmus gibt, der eben bestimmt, welches Gewicht welchen Einfluss hat und der einfach viel zielgerichteter vorgeht und vielleicht diese unmittelbare Kontrolle nicht braucht. Okay, dankeschön. Noch weitere Fragen? Okay, ihr seid alle durstig. Verstehe ich. Gut, dann machen wir jetzt eben eine Viertelstunde Pause. Das heißt dann irgendwo nach meiner Uhr so in etwa um 19.25 Uhr treffen wir uns dann hier wieder und dann geht es mit dem zweiten Teil des Vortrags von Herrn Prof. Dr. Herzberg weiter. Tränke sind hier vorne, Toiletten sind da hinten. Noch einen großen Applaus. Vielen Dank.